Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich auf der ISWIL an eine kombinierte Berufung B1. Das ist eine Kombinierte Berufung Springen und Ressour. Zuerst ist Ressourz, Programm CCB1B, ein sehr langes Programm für unsere Verhältnisse und auch recht anspruchsvoll. Mal schauen, was das wird. Und dann ist Springen, 90 cm, welche auch feste Hindernisse dabei sein können. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020